und weiter geht's das leiter rätsel muss noch gelöst werden denn ich weiß immer noch nicht wo diese verdammte leiter hinkommt die muss ja irgendwo darf wir wollen ja nach oben das ist ja klar weil sonst brauche ich ja keine leiter aber wohin einzige weg muss gibt es wäre eben hier weil da kein geländer ist aber da wird die leiter nicht akzeptiert also macht mal so den anschein wieso lege ich sie jetzt ab bin ich bescheuert nehmen sie wieder auf so ok nein noch ich verstehe nicht mal warum der sie immer ablegt nehmen sie jetzt auf und gib ruhe danke so ok ja also geht doch ja und jetzt und jetzt doch wer ich wollte gerade sagen normalerweise geht der ellie immer als erstes aber in dem fall irgendwie nicht sondern ich musste jetzt als erstes hoch ein sehr altes verlassenes hotel vorsichtig sieht natürlich nicht geil aus wenn hier alles kaputt ist und ich glaube jetzt geht es auch schon raus zum nächsten showdown so wie das aussehen mag ich tue mich mal lieber man weiß ja nie wo sind sie denn ach da drüben ja packts ankommen ok bislang sind es ja nicht so viele da bleibt einer stehen oder so halbwegs stehen soll wir mal versuchen da vorne rein zu kommen ich denke das wäre die beste entscheidung lang natürlich hier keiner ist aber es sieht gut aus bis jetzt mal oh mein gott das war knapp habt ihr das gesehen oh mein gott so drängt sich ellie eigentlich immer dazwischen ich warte glaubt mal lieber oder ja komm wir warten mal also da ist einer hinter mir sollte nichts sein hoffentlich stimmt es auch essenspause ihr könnt doch immer essen wenn die jetzt so dastehen wird es nicht gut denn ich komme nicht an die ran die sich gegenüberstehen so also eine bewegt sich jetzt nach links ich hoffe der kommt wieder her der andere ist irgendwie jetzt ein bisschen verschollen verschollen ich schaue nochmal da lang nicht dass sich da einer nähert aber es sieht zumindest jetzt mal gut aus ach da drin ist noch mal einer ja wtf wie viel sind denn das eigentlich sollten es ja drei sein ich glaube der eine kommt wieder zurück ja ok in der hoffnung dass wir ihn jetzt gleich erwischen ohne dass er meldung abgibt ach komm wer hat mich jetzt gesehen wer hat mich gesehen ja komm doch her ich habe keine angst ich habe keine angst vor dem ja klar die können wir immer welche verpassen und ich denen nicht gut Was hast du drauf, Mann? Na los! Ja, komm doch her. Gut. Warst du es jetzt schon? Oder gibt es noch einen? Sollen wir mal da lang laufen? Ja, komm. Wir laufen mal hier lang. Den hast du sehr gut erwischt. Aber hier geht es ja gar nicht lang. Ich dachte erst, die laufen da irgendwie außen rum und kommen dann da wieder zurück. Aber da ist es ja gar nicht der Fall. Okay. Ah, da ist ja noch einer. Na, komm doch mal her. Hier noch eine Flasche? Nein. Oh, fuck. Falsche Kraft gedrückt. Mist. Okay. Ja, toll. Ja, geht runter. Okay. Ich habe jetzt einfach mal geschossen. Das war mir jetzt einfach egal. Ich will jetzt nicht da ewig warten. Bis da irgendjemand kommt oder nicht. Komm jetzt. Gut, gut. Ja, als würde ich dich nicht sehen, Alter. Du kannst dich schon herbewegen. Kein Problem. Boing. Boing. Ich weiß, dass er da um die Ecke steht. Ach, jetzt auch. Ja, Schnucki. Nein. Ich habe es gewusst. Oh, oh. Ich sollte mir mal ein Midi-Pack machen. Und mich verbinden. Weil sonst sterbe ich noch. Gut. Schade. Schade. Ich habe gedacht, ich erwische ihn. Ja, jetzt komm schon her, du Langweiler. Er will nicht herkommen. Und ich treffen tue ich ihn auch nicht. Hä? Hä? Nein. Nein, 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 nein. Ja, komm, ey. Zwei Stück. Das ist voll unfair. Das ist unfair. Nein, nein. Ja, komm. Du hast mir gerade noch gefehlt, ey. Wo kam der eine jetzt überhaupt her? Ist der ausrum gelaufen? Kann ich mir nochmal ein Midi-Pack machen? Jetzt habe ich aber keine Lappen mehr. Nicht gut. Nicht gut. Und da kommt nochmal einer. Noch mehr hinter mir. Ja. Ja, klar. Alter, in die falsche Richtung. Greife einen Feind am Boden, um ihn als menschliches Schutzhild zu verwenden. Ja, wenn mir das einer vorher gesagt hätte. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal hier stehen. Da sieht man wenigstens, ob jemand kommt oder nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Man darf hier echt nicht zu laut sein. Also wenn man zu laut ist, dann hat man keine Chance mehr. So. Jetzt muss ich bloß darauf achten, dass da keiner kommt. Als würden die Ellie nicht sehen. Ist doch ein Witz, oder? Das ist einfach nur ein Scherz. Richtig falsch programmiert. Dann warten wir mal ab, bis er kommt. Komm schon. Aber dass niemandem auffällt, dass da einfach so Leichen liegen, ist auch schon recht unterhaltsam. Ja, komm. Stirb. Jetzt kommen bestimmt noch welche. Ja. Ja, komm her. Ja, klar. Er trifft mich natürlich als erstes. Okay, wo ist der andere? Der gerade auf mich geschossen hat. Ach da. Boah, wie viele sind denn das, hey? Nein. 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 Ah. Boah. Der hat den erstochen, hey. Komm, ich muss mich schnell verbinden. Komm, mach. Mach. Bevor der andere hier aufkreuzt. Okay, 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 gut. So, wo ist der jetzt? Ach, da vorne. Ach, da vorne ist er. Okay. Gut. So, waren das jetzt alle? Kann ich jetzt endlich weitergehen? Oder immer noch nicht? Ja, bewegen wir uns mal weiter fort. Komm. Sonst bleiben wir da noch ewig stehen und es passiert sowieso nichts. So. Dann lauschen wir mal. Ein bisschen. Okay. Sieht gut aus. Ja. Aber es ist richtig abgeh... Runtergekommenes Hotel. Wahnsinn. Soll ich denn überhaupt lang? Soll ich da lang? Oder soll ich in die andere... Oder soll ich wieder runter gehen? Ich denke, ich muss wieder runter, oder? Ich denke schon. Also hier laufe ich ja eigentlich nur im Kreis. Ja, so einen Stein nehmen wir uns mal mit. Ach, schön. Lumpen auch noch. Perfekt. Gibt es da drin noch was? Nein. So, Ellie, dann aus der Bahn. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ich habe ja echt Angst. Ich höre hier die ganze Zeit was. Was hat der da? Flasche. Nehmen wir uns auch mal mit. Weil ich habe nie irgendwie sowas zum Werfen. Was eigentlich schon ein bisschen verwunderlich ist, oder? Sonst habe ich früher genug Flaschen gehabt. Und mittlerweile sammle ich gar keine mehr auf, weil ich immer denke, mein Kontingent ist schon erschöpft. Aber, nö. Aber ich höre hier immer irgendwas anderes auf meinen Kopfhörern. Das ist doch einfach nur krank. Kranke Spiel. Können wir das auch noch mitnehmen? Ja. Aber die Flasche habe ich jetzt da gelassen. Toll. Ja, das war nicht Sinn und Zweck davon, liebe Entwickler. Aber ich denke, das waren auch jetzt noch nicht alle. Also ich vermute fast. Da wird noch ein bisschen mehr kommen. Als die paar Gegner, die wir jetzt da hatten. Und ich gehe jetzt mal wieder in die... Ausgangsposition. Ansonsten bin ich hier ja noch ewig unterwegs. So. Müssen wir nur schauen, ob hier jemand ist. Aber es sieht nicht so aus. Können wir weiter nach oben? Ja. Können wir. Dann gehen wir mal nach oben. Da oben sind wahrscheinlich noch mehr. Ja. Aber wo? 80 plus Ellie. Aber welche Richtung? Vorne vielleicht? Hä? Ich habe doch gerade jemanden gehört. Ja, da. Oh Mann. Wie viel sind denn das denn noch von denen? Also das Spiel wird nur so unnötig in die Länge gezogen. Wirklich. Oh verdammt! Ja, klar. Jetzt! Okay. Einer. Sieht mal gut aus. Das war knapp. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja, ja. Da kommen noch mehr. Okay. Dass man die immer gleich warnen muss mit irgendwas. Schon komisch. So eine ist da. Der eine hat eine Schrotflinte. Oh, nicht so cool. Nicht so cool. Was würden die Ellie da nicht sehen? Bitte. Wo ist da die Logik? Also, ich verstehe echt viel, aber sowas verstehe ich halt gar nicht. Ja, wieso kann ich ihn nicht greifen? Ja, ja. Scheiße. Als ob. Wo ist er denn jetzt? Irgendwo hier? Nö. Hä? Der hat doch hier gerade so groß rumposaunt, dass ich da bin. Irgendwie kommt da niemand. Ach, die sind da vorne. Okay. Die haben das gar nicht gehört. Mein Gott, sind das Idioten. Wie soll ich an die bitte rankommen? Ja, vielleicht jetzt, wenn er kommt. Wow. Hä? Ah, da kommt schon der nächste. Ja, klar. Ja, komm. Geil. Komm. Jetzt? Noch schon wieder so einer. Der eine steht hinter mir. Der hätte mich ja schon längst anfacken können. Ja. Genau. Habe ich doch gesagt. Ja. Als ob. Genau. Jetzt bin ich gleich tot. Ja, wieso wollte er es nicht werfen? Geht's noch? Ich hab's noch geworfen. Kannst du ihn für einen kurzen Moment bewegen, ja. So. War das gespeichert? Hier, oder? Okay. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht wieder zurück. Weil das wäre jetzt nämlich ziemlich lame. Habe ich keinen Pfeil mehr? Zu deppert. Ach, Mann. Toch. Habe ich. Habe ich. Aber ich treffe ihn nicht. Also so schnell bin ich jetzt auch wieder nicht. Dass ich ihn erwischen werde. Hm. Was mache ich da jetzt? Soll ich wieder so vorgehen wie eben? Oder soll ich anders vorgehen? Ich könnte mir natürlich auch den greifen. Aber gut, mit dem anderen ist halt ein bisschen gefährlich. Der schreit da nach Hilfe und dann kommen drei Stück. Und so viele kann ich nicht auf einmal verprügeln, also. So. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt nochmal. Ja. Okay. Der wäre erledigt. Oh, Mann. Was denkst du? Erwiss ich ihn so? Schon was gefunden? Hörst du mich? Ach, der scheißige... Na, stopp! Ja. Ach, wo kommt der jetzt her? Wo kommt denn der jetzt her? Ich hasse Versteck-Spiele. Komm mal! Ach, Ellie hier. Okay. Wo bist du? Ich sehe in diesem Bereich nach. Los, schau unten nach. Töte ihn, töte ihn! So, wo ist der andere? Aber das mit dem Pfeil war eine gute Idee, oder? Hm? Fand ich jetzt auch. Also das hat mir jetzt richtig getaugt. So. Ja, wo ist jetzt der andere? Der schleicht hier noch irgendwo rum. Aber wo? Ist er das da vorne? Ach, hier. Ja, Arschloch. Haha. Danke. So. Wann ist jetzt alle? Ich hoffe. Das Hotel ist ja richtig bescheuert. Ich dachte, der lebt noch. Oh mein Gott. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn er noch gelebt hätte. Okay, gibt es hier irgendwas Feines zum Einsammeln? Wenn ja, immer her damit. Midi-Pack. Haha. Sehr schön. Oh je. Oh je. Oh je. Stirb. Hier drüben. Ja, komm. Nein. Türki. Wie viele von denen da unterwegs sind. Das ist einfach nur abartig. Das ist so eine richtige Bewegung, ist das glaube ich. Mann. Auf wen hören die dann eigentlich? Haben die auch einen Boss oder sowas? Hm. Ich glaube nicht. Komm, das muss doch jetzt endlich mal gewesen sein, oder? Wäre ich euch nämlich sehr verbunden. Aber hier sind wir schon wieder ein sehr leichtes Ziel. Weil es nach links und nach rechts geht. Aber hier geht es raus. Ah, da geht es raus. Okay. Dann gehen wir doch mal da raus. Wir wollen hier nicht mehr drin bleiben. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht mehr rein. Aber bestimmt. Ja, ja. War klar. Ich will doch nur hier raus. Aber erst mal gucken, ob ein paar Feinde da sind. Es ist halt blöd, wenn ich allein unterwegs bin. Das ist halt wirklich bescheuert. Weil immer uns jemand verlässt. Ach so, da geht es ja auch noch rein. Hätte mir jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Wenn ich hier pausenlos gelauscht hätte und dann wäre einer neben mir aufgekreuzt. Wäre jetzt auch blöd gewesen. Aber alles okay. Ach, Scheren habe ich voll. Ich habe Scheren voll? Seit wann? Aber ich habe leider keine Eisenstange mehr. Die wird mir jetzt wahrscheinlich sicherlich gut tun. Wenn ich so eine noch hätte. Aber leider nicht. Leider nicht. Oh, was gibt es da Schönes? Ein Ziegelstein. Okay, habe ich auch schon genug. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder nach oben, oder? Aber da geht es nicht hoch. Geht es da hoch? Ja. Tatsächlich. Okay. Dann ist das nächste Stock weg. Hier sind wahrscheinlich auch wieder ganz viele von denen. Hä? Ach da. Hey, ihr im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Ja, die nehmen wir doch gleich mal. Ja, drücken wir mal ein bisschen schneller. Man macht ja auch gar keinen Lärm. Ja, jetzt drückt schon, Joel. Komm. Für was könnten wir die gebrauchen? Ach, um da rüber zu kommen. Ah, nö. Och nö. Och nö, och nö. Ich will nicht. Ja. Muss ich aber erst mal los machen, oder? Ja. Gut. Äh. Ja, genau. Das sieht nach Durchgang aus. Mhm. Okay, meine Freunde. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns den Durchgang im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen noch, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald bei The Last of Us Remastered. Und ciao. 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 Vielen Dank.